Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute dieses super coole Lego City Set für euch. Geeignet ist das Set für Kinder ab 6 Jahren bis ca. 12. Die Seriennummer ist 60097 und es ist das City Stadtzentrum mit jeder Menge Autos. Das wird wahrscheinlich auch ein Autohaus sein. Dann haben wir da sogar einen LKW, einen Kaffeestand und eine Straßenbahn. Also ziemlich realistisch auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt einfach mal aus und schauen es uns genauer an. So, ich habe den Karton jetzt schon mal aufgemacht. Und hier sind schon mal die ersten Teile. Viel kann man natürlich noch nicht erkennen, weil wir das erstmal alles aufbauen müssen. Das sind hauptsächlich so kleine Platten. Dann haben wir hier weitere Platten und auch noch ein paar Bäume. Hauptsächlich diese kleinen grünen Teile hier. Und eine Windschutzscheibe sieht man hier schon mal. Ein Lenkrad. Vermutlich auch für ein Auto. Aber wie gesagt, viel kann man noch nicht erkennen. Ich gucke jetzt nach irgendwelchen besonderen oder spannenden Teilen. Was ich schon mal super finde, ist, dass die kleinen Beutel mit Zahlen beschriftet sind. Das heißt, das ist dann vermutlich die Reihenfolge, in denen man die Beutel öffnet. Dann hat man nicht so viele Kleinteile auf einmal. Hier haben wir schon mal unseren ersten Kopf, ein Legomännchen mit Bart und ein paar Autoreifen. Das ist dann Tütchen Nummer zwei. Und hier sehe ich schon mal mein Lieblingsessen, nämlich eine kleine Pizza. Die ist allerdings von Lego und leider nicht essbar. Hier haben wir noch weitere Einzelteile für Männchen. Oberkörper, Köpfe. Die müssen wir natürlich dann auch zusammenstecken. Auch nichts Spannendes. Hier haben wir Küchen Nummer fünf. Und hier haben wir super viele Windschutzscheiben oder Gläser. Da bin ich wirklich gespannt, wofür die sind. Ich würde aber sagen, weil die Teile jetzt alle ziemlich ähnlich aussehen, fangen wir einfach schon mal an mit dem Aufbau demnächst. Ich habe jetzt einfach mal alle Tütchen rausgeholt. Und da wurde mir auch schon schnell klar, dass ich wirklich das Ausmaß dieses Spielsets unterschätzt habe. Das sind wirklich einige Teile, die ich da zusammenbauen muss. Ich würde sagen, den Aufbau machen wir im nächsten Video anhand der beschrifteten Tütchen in der vorbestimmten Reihenfolge. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen hoch, hinterlasst mir einen netten Kommentar und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!